Hi Freunde, herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead, immer noch mit Episode 4 und wir sind jetzt bei der achten Folge schon, glaube ich jetzt, ne? Ja, ich glaube, es ist jetzt die achte Folge der Episode 4, es ist heftig, aber es könnte sein, dass jetzt in wenigen Augenblicken die Folge, äh, die Episode vorbei ist, ähm, und wir werden halt somit dann gleich die fünfte anfangen, aber irgendwie geht das so blöde, blöde Maus nicht weg Es könnte ja sein, dass es wirklich nur ein paar Sekunden sind, äh, aber, das macht er nicht, auf jeden Fall scheinen wir um Single zu sein Weil wir sind jetzt überall Walker Anscheinend Kommen die Okay Es ist nicht Vernon Wer spricht da? Was ist das? Es ist nicht Vernon, wenn das ist, was du denkst Und du solltest wirklich deine Tone sehen Der Clementine ist gut Aber wenn ich dich wäre, würde ich meine nächsten Worte sehr gut Ich glaube, die Episode ist jetzt doch vorbei Was willst du von mir? Ja, ich wüsste es Oh Mann, die Zeit wird knapp Ja Okay, macht nichts Äh, du hast ihn Oh, die wenigsten Spiele haben ihn, äh, nicht getötet Wann er hat sich dann aufgeregt Oh die meisten haben mich gleich wieder mitgenommen? Ah, haben wir den hochgezogen Oh, die Mai, echt krass Ich lasse es trotzdem, ich katte das jetzt nicht extra Wer begleitet Lee? Das ist die größte Zahl Ne, die größte Zahl ist halt dass Kenny dabei ist, aber ja, dass noch Kenny auch mit dabei ist Es gibt sogar was da ist Lee alleine Okay Ich glaube, ich hätte das oben links gehabt beim ersten Mal Okay 18% ist mit Kenny alleine Krass Okay, hier gibt es keinen Ähm Kein, ähm, das nächste Mal So, wir müssen eigentlich theoretisch gleich in Episode 5 springen Genau Die Zeit wird knapp Gut, dann sind es im Prinzip 7 Folgen mit Episode 4 Dass wir das jetzt leider nicht überspringen können Aber ich glaube, das ist so viel lauter Hey, da waren einige Batterien in einer dieser Boxen Hier, du kannst auch noch ein paar Ich glaube, da ist diese jetzt sogar auch Ich glaube, da ist Clementine jetzt auch Warum sah das jetzt anders aus Ähm, warum sah das jetzt anders aus? Nicht Okay Ja, das ist das stimmt Boah, das Ding, äh Ähm Das habe ich jetzt nicht verstanden Warum, äh Äh Vorher war die gelb Mit Hallo Lee, ähm, die Untertitel Jetzt war es, äh, bräunlich Oh, Tarotkötter oder was Ach, was ist es nicht Ähm Trotzdem Ja, letzte Episode Von So What In The Season 1 Erne, komm hier Es muss nicht mehr Probleme hier sein All ich will, ist die Mädchen Gib sie zurück und niemand braucht, um zu verhörten Wer ist es? Clementine Sind Sie okay? Wo sind Sie? Vernon, du Scheiße Tony Wer ist das? Schöne andere Perspektive jetzt mal zu sehen So draußen, in der Stadt Ach, es geht sogar übergreifend Ah, das wusste ich nicht mehr Hm? Das ist nicht der Kidnapp, Lee Was soll jetzt dann sein? Genau, was soll jetzt dann sein? Eine Perspektive Bisschen crazy im Kopf, wa? So, erstmal müssen wir jetzt hier wieder raus Und vor allem Clementine Also das ist wirklich das oberste Gebot Clementine hier zu finden Ähm Haltet euch Wir kommen Ich bin mal gespannt, wie gesagt Mich hat damals, ähm, Candy begleitet Tut weh? Nicht so toll Ja, ich glaube Weil so lange man lebt Ähm, verwendet man sich ja nicht Man geht daran Zwar zu gründen, glaube ich Irgendwann, ne? Aber es dauert ein bisschen Okay, wie soll jetzt erstmal den Weg hier rausführen? Äh, was haben wir hier so Einen Schrank Haben wir da was nützliches drin? Andere Seite auch nicht? Ne Scheine Latze Hier liegt ein Messer, glaube ich, oder? Ne, Instrumente Kann man die mitnehmen? Natürlich nicht So, der ist Glaube ich defekt Weil kein Strom Ich weiß nicht, wozu man jetzt da die Pistole verwenden kann Also mir fällt jedenfalls kein logischer Schritt ein Was man mit einer Pistole da machen soll Äh, wenn ich dagegen schieße Fliegt die Kugel nur weg Und dann bin ich am Po Okay Ähm Ich glaube hier war eine Bodenluke oder so, oder? Ne Ich glaube, ich kann das um die Pistole mit dem Ich glaube, ich kann das um die Pistole mit dem Und dann bin ich so Ich glaube, ich kann das um die Pistole mit dem Okay, auch hier ist nichts, aber da macht er wenigstens die zweite Tür auf. Ah, hier haben wir aber irgendwas. Ah, ich glaube, damit können wir, ähm, genau. Genau, damit können wir doch sicherlich die Fahrstuhltüren, äh, aufspreizen, sozusagen. Ich denke mal, das müsste funktionieren, dass wir uns dann ein bisschen durchlüpfen können. Genau, er passt jedenfalls dazwischen. Aber ob das jetzt der Rettungsweg ist, ist die andere Sache. Alles dürfte... Wie weit, so weit spreizt das Ding, das war's schon. Da kommen wir niemals durch. Oh, oh, uns wird's schwummerig, uns wird's schwummerig. Ah! Ich weiß nicht, wie du was jetzt noch hier passiert. Ah, stimmt. Stimmt. Hm, 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 hm. Ja? Ja. Ich weiß da nicht, wie ich... Ja, ich bin wach. Ja, ich bin wach. Stopp! Er ist wach, er ist wach! Er hat gebeten. Wir müssen noch etwas tun. Wir müssen es doch auch wegziehen? Wir versuchen ihn zu retten. Zumindest, holen wir ihn ein bisschen Zeit. Aber diesen Weg? Wissen wir, dass es funktioniert? Natürlich nicht. Ich glaube, ich habe es damals nicht zugelassen. Da bin ich mir tatsächlich echt nicht mehr so sicher. Oh, ich glaube, ich habe mich dagegen entschieden. Ich weiß es nicht, echt nicht. Das wird wir tun. Ja, das ist schon komisch. Da vorm See mussten sie die Tür bewachen und jetzt auf einmal nicht mehr. Nicht zu weit oben abtrennen. Oh, ich glaube, ich möchte es gar nicht sehen. Aber ich glaube, ich habe das wirklich nicht gemacht. Also müssen wir da jetzt durch. Ihr könnt gerne in den Kommentar schreiben, wie ihr entschieden hättet. Schnell wäre gut. Oh, ich glaube, ich habe das definitiv nicht gemacht. Oh. Oh. Das habe ich definitiv nicht gemacht. Oh. Oh mein Gott, du bist lebendig. Es war zu dem Punkt, wo du nicht zurückkommst. Das ist so schlimm. Aber vielleicht habe ich jetzt mehr Zeit bekommen. Du denkst, dass du reisen kannst? Du hast mich verloren. Bloß weg hier. Ich möchte diesen liegenden Arm nicht sehen. Der Elevator ist offen. Los geht's! Ich bringe die Reine. Ich will niemanden schlafen. Ein Graus. Wie habt ihr das jetzt empfunden? Das war echt krass. Und sehen, ob wir es zu einem leeren Fluch oder sogar den Ruf machen können. Denkst du es für dich möglich ist? Ja. Gehen. Krass. Echt. Ohne Flachs. Das war... Kann man mal jetzt sagen... Nee, das habe ich definitiv nicht gemacht. Ich bin so nicht hochgerobbt. Ich bin so ein bisschen geblendet. Meine Lampen hier. Oh mein. Muss ich in der Aufnahme nochmal gucken? Oder ihr schreibt es in die Kommentare? Vielleicht... Ich gucke ja nur stichprobenweise nochmal drüber. Wenn ich... Rinder, was ist denn... Nur Kletter hoch? Puh! Oh jeez. Alles ist okay da oben. Ich habe mich gerade selber nass gemacht. Ey, ich fahre definitiv schneller oben. Ich würde sagen, da wimmelt es nur so von Walkern. Ich glaube, die sind jetzt auch komplett in der ganzen Stadt verstreut. Überall. Ich glaube, man kann da jetzt ja auch nicht mehr... ...hintreten, wo man hin treten kann. Wo man auch konnte. Keine Gesundheit. Krankenhaus. Ja, mit Ben das Dächer war? Ähm, das kenne ich nicht. Also was Ben jetzt auch immer sagen wird. Oder wir mit Ben reden. Ich habe keinen Plan. Glocken. Glocken. Irgendwo ist Clementine da draußen. Irgendwo. 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 Wir kommen zu ihr, Lee. Wir machen was, was wir müssen. Wir holen unsere Beherrungen und sehen, ob wir eine Möglichkeit haben, um es durch die Stadt zu machen. Gut? Gut. Ich... Ich glaube, dass wir nicht ignorieren, was mit Lee passiert ist. Er hat viel Blut dort verloren. Das ist richtig. Wenn du dich fühlst, oder... Wenn es nicht funktioniert, einfach einfach. Es war ohnehin meine am wenigstens bevorzugte Hand. Echt? 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 Echt, Omid? Echt? Oh mein. Echt? Ah. Ja, wir tun. Jetzt was? Wir müssen nach unten gehen und eine schreckliche Mädchen finden. Lass uns unsere Beherrungen bekommen. Die Selle. Sieht schön aus, oder? Die Selle. So, wollen wir es mal ein bisschen umgucken? Ähm... Bisschen Farbe. Ist klar, was da mit der Farbe? Da braucht man keinen Kombinationsgenie sein, was damit gemacht wurde. Die werden wir noch brauchen. Die werden wir definitiv noch brauchen. Wir müssen nur von dem Dach runter. Oh! Ich hab nichts gedrückt. Na.. Über die Döcher. Ja. Hast du grad eben schon gesagt? Ja, hast du gerade schon gesagt. Hey, ich will mit dem Kluster reden. Jetzt aber. Noch mal. Ach ja, okay, noch mal. Beides. Allergien, das ist ja lustig. Ich hätte schon Angst, du würdest nicht mitkommen. Wir können nicht stoppen, zu schauen, sich zu uns. Ihr zwei seid schon seit Tag 1. Was ist das? Tag 3? 4? Keine Ahnung. Allergien? Das ist lustig. Ich weiß, oder? Du siehst nie jemanden in einer End-of-the-Welt-Storie mit Teamkater. Es ist nicht die Zeit, um wunderschönig zu werden. Das ist alles. Ich bin mal gespannt, also wenn meine Allergien wieder eintreten, meistens ist es im April rum, ob ich ihn überhaupt aufnehmen kann, weil manchmal ist es so heftig, da werde ich dann wahrscheinlich nicht dazu kommen. Es wäre dann einfach nase dicht, kann nicht richtig reden, oder vielleicht nicht richtig gucken. Das muss man sehen, wie sie dieses Jahr so ausfällt. Aber, irgendwelche Ideen bezüglich der Meute? Also ich weiß noch, was wir machen. So. Da drüben ist ein Glockentrum. Na, könnt ihr euch schon denken, wie wir da drüber kommen? Das ist doch wohl klar. Mit der Ausziehleiter. Ta-ta. War ja klar. Ja, auch dafür muss man kein Konditionsgenie sein. Ich muss ja echt gerade überlegen, was für eine Hand abgehakt wurde, das war die Linke. Warum? Jetzt muss ich entscheiden, wer es macht, oder wie? Wir. Okay, dann. Wir laufen mal hoch und läuten die Glocke, falls wir runterfallen. Ja. Vielleicht sollten wir jemanden mehr able-bodied machen, das zu tun. Du bist sicher, du bist aufgerollt? Sag das wieder und du wirst es finden. Okay. Okay. Kletter wird zum Glockentrum. Was denkst du, was wir gerade machen? Spiel. Wir haben nur diese eine Richtung, die wir uns vorgeben müssen. Es war einfach nur geradeaus. Hui. Oh, oh. Und jumping. Oh. Wie man es nimmt. Ja, was ist denn sonst? Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Also, in der nächsten Folge geht es weiter mit Episode 5. Die Zeit wird knapp. Wenn ihr euch gefeiert, Däumchen da lassen. Schreibt irgendeinen tollen Kommentar. Ich wisst, ihr habt genug Stoff bekommen, um einen Kommentar zu dieser Folge zu finden. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Schreibt beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank.